Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Widget. Wir spielen jetzt nochmal wieder neuen Modus. Welchen haben wir jetzt gewählt? Hat gar nicht zugehört. Hallo die anderen nochmal. Was machen wir jetzt? Wieder verstecken? Ja ihr müsst sich verstecken. Und du? Wir wissen noch nicht genau was das macht. Sie sucht auf jeden Fall. Oh oh. Weil no magic da drauf. No magic. Ich habe jetzt was Neues mitgenommen und zwar eine Knoblauch. Ich habe keine Ahnung was. Oh Gott. Oh oh. 3,2,1. Mamö. Versteckt stehen müsst ihr? Eckstein Eckstein. Stein. Alles muss versteckt sein. Wo ist denn? Eva Schmidtler wieder verrückt. jetzt ist der modus vor allem wie das klingt jetzt hat sie glatten daniel erwischt dann ist das bedeutet du wärst der joker oder wie oder ich mit dann wird es noch schwerer dann ist so gut im suchen dass der schlimmer komischen gut auf naja das glaube ich glaube wenn man so komischen gut auf hat dann du leckst er leckt wo dran beide noch da ja fragt er was keiner sagt er bin ich dumm kann gar nicht sehen wo du bist ach ja genau weil das wäre fies weil ich dann sofort wüsste wenn ich was der knoblauch tut weiß ich auch nicht der knoblauch damit kannst du hast ihn beim hand oder ja damit gegenstand oder eine hexe dann dann kannst du ihre zauber nie einsetzen aber wenn man hier random map change oder sowas hat kann man nicht auch maps rausnehmen man kann auch maps aus ich weiß man kann sie auswählen aber ich weiß nicht ob man also wenn es nach mir einstellen kann dass das welche map genommen wird es nach mir ginge können wir könnten wir die strand net weglassen ich mag so strand setting nicht deswegen habe ich auch beispielsweise nie far cry gespielt weil ich scheiße finde am strand ja ich weiß aber es ist am strand deswegen das ist aber man hier eigentlich ein hühnchen hat wasser dann wurde ein wasser was so das war das hühnchen soll das war nicht ach so ihr habt trotzdem noch hühnchen fliegt doch warum fliegt die nicht nein ich bin ein klo schon wieder er hat sich verwandelt irgendwas also mit drei suchen dann im endeffekt mehr und bei dem würde ich echt sagen irgendwie vier minuten drei minuten das ja ja ganz genau deswegen ja ich ich verlasse mal ja das geht ja ja ganz genau deswegen ich will ich habe 300 was mache ich jetzt mit 240 oder was 200 200 ist glaube ich ein bisschen wenig ja also ja ok 200 ist in ordnung 210 dann haben wir dreieinhalb minuten das war ein kompromiss lustig aber das knoblauch hat mir jetzt noch nicht so viel gebracht gut dann das knoblauch ist relativ aber mal die wo die mit mit hat und das wird ja ich finde aber das ist aber alles trotzdem cool auf dem haus also der suche der suche ich ach ok armseelig hier liegt ein brot drin und ein apfel und mir nicht hier beim haus versteckt dann sehe ich das die kunden habt ihr noch egal ob ihr versteckt seid ich komme jetzt raus und suche euch ja macht nichts ich bin bestimmt wieder als erstes drauf in einer gemeinen ecke aber der wirft doch bestimmt mit kartoffeln oder sowas hier sind ja auch überall kartoffelsäcke und keine eierpappen außerdem heißt hier das eine restaurant charme potato mein restaurant meine kartoffeln auch gemein überall kartoffel überall die äpfel alter bin ich auf du blöde 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 jetzt hat mir das noch nicht so viel gebracht da wo seid ihr versteckt Eckstein Eckstein alles muss versteckt das werden wir dir jetzt bestimmt sagen hat sie das ausgeschalten oder kann man generell hier eigentlich die anderen witches nicht sehen nee das ist ja das wäre ja fies was ist das eigentlich für ein teil was immer so leuchtet leuchtet denn da hier das wasser jetzt rum wirft und was macht das wenn du davon erwischt wirst oder alles in sieben halbmetern umkreis kann zum beispiel dem hexen du kannst also wenn das wenn die dichter mit erwischt kannst du nicht mehr fliegen 14 sekunden auch so und ich tut es immerhin um zu gucken ob sich jemand dann entwandelt quasi ist soweit habe ich zumindest verstanden dass du gehindert wirst deine fähigkeiten einzusetzen voll kacke wenn man sowieso eben versteckt sein will also das hühnchen besser bin ich denn schon mal an jemanden vorbeigelaufen habe ich die zwiebel einfach auf dich drauf geschmissen und habe sie mir gekriegt da bleibt ja echt nichts anderes mehr als versuchen alles mögliche abzuwerfen blöde knoblauch dabei hat ja das habe ich mir auch gedacht man kann es ja nächste runde um zu wünschen ja hallo ich möchte etwas töten aber gerade eben wieder die dicken fliegen sehen ich glaube nicht mit mir nein kommt zurück ich bin zu fett ich guck da nicht rüber jetzt häng ich fest ja hier da war da war eins hier vorhin würde ich verarschen hier lagen gerade drei laternen jetzt liegen hier vier ich schieße jede einzelne laterne an ja toll die letzten 70 kunden ja ich bin auch dabei juhu du bist genau über mir drüber gelaufen ich war oben auf dem dach ich auch und du bist immer mich drüber gehopft ich war eine das ist aber echt wies ohne hühnchen auf jeden fall ich dachte das bringt irgendwas aber dass man sich dann nicht also das hühnchen auf jeden fall ja so wenn ich jetzt gerne als hexe ja hier werde ich jetzt noch mal hexe bitte das bilder natürlich aber da kann man rausgehen ach so die mitte also wenn man das auswählt hier dieses bild oben links mit der hexe dann kann man sachen bewegen oder ja genau da kannst du so ein ding von dir selber noch mal machen so ein klon sozusagen clown von dir selbst ja ja klon von mir selbst ja so ziemlich so ziemlich so ziemlich kann ich meine ernst sein wie viele leute kann man das spielen 16 ja krass ich habe hier 16 sachen liegen hier rum ich glaube dass ich diesmal ein gutes versteck habe um nicht gefunden zu werden ich habe angst vor daniel dann ist echt schwierig ja ja der spiel ist ja auch schon so in zwei wochen ja bestimmt der hat bestimmt so einen heimlichen zweiter kauft hat er das gestern hat das ich es gekauft sagt er sagt er ja ja natürlich heimlicher zweiter kauft ich habe es gestern ich habe es gestern auch gekauft aber naja ich wollte zeit nicht antesten ohne euch ja ich dachte mir wenn dann fair ne ja ich wusste nicht dass ihr das unfair macht daniel und ich hatten es heute mal kurz an um einfach mal rein zu schauen wie es ist beziehungsweise was man alles einstellen kann und dann haben wir es aber auch wieder ausgemacht also das war eine runde glaube ich insgesamt oder zwei zu zweit ist es eh doof wir sind eingestiegen und ihr wart level 5 und konntet schon irgendwelche sachen kontrollieren ja gut das geht sehr schnell geht recht schnell ja ja aber wie gesagt wir haben ein zwei runden gespielt guck drauf das waren ein zwei runden kann ich ja jetzt schlecht zeigen aber ist so ja für die zeit ich habe insgesamt zwei stunden gespielt ja ich noch nicht bei mir sind 108 minuten ja gut ja ich war länger eingeloggt schon als du wir haben auf dich noch gewartet bei mir steht zweieinhalb stunden ja siehste eine halbe stunde gespielt da trifft er mich mit seiner dummen kartoffel ich glaub's ja nicht war nicht eine halbe stunde gespielt der kartoffelkeleih ach da kann man raus aus der tür mein Huhn ist weg ach du bist jetzt auch sucher ne ja er hat ihn auch erwischt ach man oh chicken das ist ja ganz gut weil es mir ist nämlich gar nicht eingefallen weil ich stand nämlich neben Kevin als ich mich grad versteckt hab hm dann dachte ich mir so Mist wenn der mich ja jetzt sieht er sucht ja dann auch dann weiß er ja wo ich mich versteckt hab das gibt's doch nicht warum bin ich immer so langsam das also positionieren ich bin grad im kamin rein super wenn du weihnachtsmann ja oh gott ja jetzt hast du drei suche gegen dich ja ja aber aber auch nur noch 25 sekunden ja also gerade eben zu anfang war sie auf dem dach gewesen ja deswegen hab ich ja gesagt ich muss mich um positionieren ja auf dem dach gesehen hast und ich bin ja auch gerade sofort suchen gekommen ja ich hab da gerade was gesehen ja genau die habe ich gesucht ich bin jetzt schon level 7 was wie wohl wo siehst du das ich habe gerade so geschafft bekommen du bist level 7 ja ich bin level 6 noch ja 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 für stecke die ich nie wieder nutzen kann aber ich bin lustig ich bin ja so als ich da gucken ja ich schicke es grad das led kaputt ach so ich bin da so im rendem rein gestolpert ja nicht killer hier ist ein gurkenfass vor allem nicht killer hä ja du bist schon ja natürlich das habe ich schon mitbekommen ach gottchen was mach ich denn jetzt? so? weh wieso? shit, geht ja gar nicht nein ich muss mich noch hä? lol was? was wirst du? was? 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 weil es besser ist? ihr dürft euch... mädels wir sitzen alle an der selben stelle also zumindest sehe ich euch vielleicht wollt ihr woanders hingehen damit ich nämlich gefunden werde ja man ich hab dich gleich ja ich merke schon ich bin direkt vorne und du triffst mich nicht ach so bist du du jetzt verflixt? flüchten? siehst du mich nicht mehr? bewegt mich doch ach verpflegst wer soll denn das? shit du warst doch fast kaputt da bin ich ja nochmal davon gekommen ja da hast du echt glück gehabt oh man abends geht es nicht nach draußen hier das ist ja echt? ach das ist schade ach also die haupt die haupttür ist zu äh äh schön mies immer hahaha 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 das war grad zu ah nein ah ha ich hab an den daniels gedacht gedacht du warst genauso darüber Daniel du hast die also einer war im blumentopf von oben runter gefallen dann ist dauernd dann ist da eine kerze reingefallen das war beides ich hahaha warum fällst du denn da zweifel rein? weil ich den ersten schönen punkt gefunden habe den ich dann nochmal nicht mehr einsetzen konnte als ich mich verwandelt habe rastet jemand aus hier rastet jemand aus ja irgendwas ist hier das buch das buch das rote buch das rote buch das rote buch ja schi 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 so jetzt wollen wir nach hier ist noch jemand hier ist noch einmal einer aber das hühnchen rastet noch mehr aus hier das blaue buch ah verdammt oooh juhu 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 jetzt hätte ich mir gewünscht dass Melly mich gefunden hätte Melly hast du gut gemacht was? hast du gut gemacht ja ich sagte gerade ich hätte mir gewünscht dass du mich gefunden hättest du hast mich wenigstens nicht getroffen das verletzt meine gefühle ich wollte einfach noch ein bisschen flüchten ich geh weinen oh was gemein ja ehrlich bitte nicht muss ich will nicht schon wieder suchen nein ich muss suchen oh ne bei dieser lieb bei meiner lieblings map ja bedenke ich weiß wo du dich letztens versteckt hast echt weißt du das? ja vielleicht ja so wuch wuuch na hühnchen wot geht loch 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 aniel bist du da oben nein denke ich nehme zu mir mal denselben so hühnchen ihr bist lieb aha aha wie wer ist denn da wer ist denn da hinten das ist voll gemein ich treffe nämlich nicht da hinten das wieder lamp hier gewesen was mich nicht nein das gibt es doch nicht der hat mich verpettet weil er mir vorbeigerollt ist ja ich habe auch nur noch 50 hp ja ich bin noch nicht einmal getroffen worden das ist immer so geil ja jetzt das ist das ist so cool wenn man euch einfach mal beobachten kann was ihr da so treibt oh 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 habe ein habe ein habe ein hier rollt er ja ich habe ja 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 vor allem wäre es gewesen wieder er also du darfst jetzt nicht mehr mitspielen ist auch völlig in ordnung wir haben ja auch wieder eine volle folge in diesem fall und dann sage ich vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal wenn es weiter geht mit Wigil ciao und